Auf ganz hohem Niveau. Ja, ich jammer immer auf hohem Niveau, das weißt du doch. So, bei den Max. Ein Level noch, damit wir den Waldwolf kriegen, verdammt der Axe nochmal. Ja, dann fahren wir drei Waldwürfe durch die Gegend. Ja, das sagte ich mir dann schon. Okay, Erbe des Drachen. In den Stadtviertel von ganz Edo bricht Chaos aus. Feindliche Streitkräfte dringen zu einem bestimmten Landungsschiff mitten im Konfliktgebiet vor. Es muss sich wohl um das Fluchtstoff an Hierroko... ...Hohiro Kurita handeln. Der Prinz darf unter keinen Umständen entkommen, verstanden? Möge Kerenschen uns alle verfluchen, falls er es doch tut. Mach das da nur schon bewegungsunfähig, bevor er es abheben kann. Immerhin da haben sie einigermaßen Übersetzungen hingekriegt. Galaxie Commander, die Watch hat decryptet die Daten-Caches die Kobalt-Star bekommen. Und? Der Ryugawa plan ist, um die News von Hohiro Kurita's escape zu erzeugen, um die Riots auf den System zu erzeugen. In der Chaos, sie planen zu nutzen, ein DC-MS-Dropschiff, um den Prinz aus der Welt zu schützen. Handoff ist zu sein, um die Edo-Spaceporte zu erzeugen. Demi-Präsenter, kann Comstar validate diese Intelligenz? Nein, wir können nicht. Unsere Asseite haben sich gehalten, seit dem letzten Report. Sie sind mittlerweile unresponsive. Wir haben auch nicht bekommen, dass wir eine Urge-HPG-Transmission-Requests, die möglicherweise benutzt werden, um ein Gelegenzimmer zu koordinieren. Stravog! Was überhaupt mit der Nahrungs-Surveillance-Netzwerk korreiberatet diese Intelligenz? Aff! Die Spiegel-Kontrolle haben gerade eine Unregistered-Dropschiff gebrochen die Atmosphäre, mit einer Trajektorie direkt nach Edo-Spaceport. Lass es für diese Freiburg-Barbarien zu denken, dass so ein Suicidal-Plan würde überhaupt funktionieren. Emily, deploy die 362nd, und ground die Dropschiff, permanently. Aff, Galaxy Commander. Ich werde die Säber-Kat und verabschieden die Spiegel-Barbarien über Edo als eine Kontingenz. Wenn sie sich zu verabschieden, bevor ihr mechs können sie unterhalten, ein Dropschiff-Barbar wird einfach für ein Warschiff. Eine Art oder andere, niemand verlassen diese Systeme. Was für die Riots? Nachdem die Verstehung der Kurita-Kurita-Säber will beentwickeln die Strecke in der Populare, insbesondere mit dem Rüugawa geplanten die Flames. Keine Angst, Jaden. Ich kann ein paar Dichte der Silber-Jaguis haben, um den Monitor. Elementarern kann man Poseidэтralen, Mechs kann es mit einem Rüugawa-Barber der Sieg gerüstet werden. Dein Säberer ist in das Dropschiff. Aff, ich darf nicht wissen, dass ein Rüugawa-Barbar ist. Korida, das System nicht erhebt, ist paramount. Nicht nur die Beta-Galaxy, aber die gesamte Klan. Ich werde nicht die Fehler tolerieren. Das tun wir mit seriösen Konsequenzen. Was ich mir jetzt auch gut finde, was ich eben noch sagen wollte, ist, dass die Nebelpader in den Zwischenquenzen alle immer so beleidigt aussehen, wenn wir reden. Ich meine, die Dame hat ja dieses Upside-Down-Frauen, ne? Ja. Die sieht immer aus, als wäre sie angepisst und unglücklich. Und immer sauer. Und wütend. Diese können unsere Waldwerfer nicht so beschissen geil aussehen, wenn wir neben einer Schlacht sind. Überall Feuer in den Bildern, aber ich sehe das im Spiel immer nicht. Ich will auch mal durch eine brennende Stadtmaschine Sachen wegpusten. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Horyu das aber irgendwie überleben wird und vom Planeten dann kommt. We have been forced back to the eastern Spaceport gate by hostile mechs and vehicles. IFF Signatures identify them as the 14th Legion of Vega. They must have escaped Kuroshiyama with the Prince. Silver Jaguars. The Kuritans have taken the Spaceport and intend to flee this world with Ohira Kurita. Advance along each of your nap routes and smash anyone who stands in your way. I think we'll reclaim what is ours. I have visual. Weapons free. Weapons free. Make it quick, Cobalt. We have places to be. Contact. Star Colonel. Legion of Mega Mechs, vehicles spotted in southeastern Edo headed towards the spaceport. Sky? Hoyt, cut them off and ensure they cannot reinforce the spaceport. We advise that all other mech forces have been committed to the spaceport assault. Your binder will have to hold them on your own. Lab Star Colonel. These spheroids plug it past us. Target destroyed. Sky? Sky? Disengaged. Du bist voll auf den Waschraum getreten. Get moving, Cobalt. No need to linger here. My guys can make it back to me on their own. Target down. Target destroyed. No target. Target. One target down. Target down. Target down. Let's our friend here come here. I'll do my best to reach the Acken shooter. I want to show you so Okay, das sieht aus aus. Sie wissen, wie vital der Prinz wäre als POW. Ein Mann kann nicht die Zeit aufhören, ob es nicht werdet. Ich glaube, dass ein Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero-Hero ist. Given ihre neo-feudal-Diktator-Ship, ich denke, dass dies um die Zukunft und Geschichte zu bewerben. Und wir fragen, warum die Intersphäre so weit in unserer Absence regress. ähm, hatten wir nicht zwei verbündete MEX eben noch? ja wo sind die? ich glaub die ist hier in die Stadt ja das ist nicht nur so, wo das ist das Gebäude da rechts ja das ist nicht nur so, wo das ist das Gebäude da rechts ich bin ein paar Fälle, die Stärken halten, Huyte wir haben noch nicht die Stärken wir haben noch keine Personnel zu sparen nehmt die Stärken halten, so lange wir können, Stärker Mist, zurück in Takedo Road get clear of this smoke und für Kerensky's sake, kann jemand gete ich auf unsere Stärken? wir haben ein Bild auf der Space Control Tower ein bisschen über ein bisschen weg mein Kerensky, die Stadt Stärken Stay in the way says Chaos is their cover Cannot let Kerensky Star Colonel, we have eyes on Shadow Binary it may contact the enemy engage at your discretion if possible but remember, the fog is ticking hey, get away from those vehicles halt Strava they're rushing the entrance halt fire, halt fire I did not authorize you to engage Star Commander what the hell is going on down there darmit, distance Star Colonel, downtown rioters are getting violent crowds are trying to rush our transports some managed to breach one it dove for the weapon controls my men responded by opening fire let's clear the streets and get back control of downtown Star Commander your elementals can take down battle mechs a group of civilian protesters should boast no threats at any of you clear the streets clear the streets drop anyone brandishing a weapon and forces arrest anyone who resists I appreciate the assist cobalt appreciate the assist cobalt this neighborhood has a few automated repair base here are the access codes get patched up and get on your way you are in better shape than we are you are in better shape than we are once you are patched up get a move on it the eastern gate should be right down the highway the car repair but you too you need to help the car repair the car repair maybe if you have time to get munition or what? yeah the car repair the car repair is more than the other things as well if you don't need you need I can't take that I can't take that you Du kannst ihn benutzen, den Hangar. Reparier mal lieber die Nova. Ja. Ja gut. Ansonsten schick ich ihn wieder rein. Durch irgendwas hab ich Moni gekriegt. Ich weiß nicht durch was, aber ich hab Moni gekriegt. Das will dir ja bald auch schon Moni knapp waren, denn... Ja, ja. Hey, jetzt hab ich wieder weniger Moni? Na, na, na. Na, egal. Ah, da sitzt das Langeschlupf auf dem Gingsdorf. Ich hab nichts mehr zu scannen. Ich hab nichts mehr zu scannen. Wir sehen dich, Cobalt. Wir behalten immer noch Kontrollen auf dem Ginghaus. Aber es gibt ein paar Khariton, die wir nicht riskieren können. Geh mit ihnen und wir werden das Ginghaus für euch öffnen. Ich hab nichts mehr zu sagen, Cobalt. Ich hab nichts mehr zu sagen, Cobalt. Geh es fertig. Die Khariton sind in die Khariton. Die Mannen sind waffled. Und ausgeschlossen. Die DO NOT RESPECT CONQUOTE MISO, HANDLE IT! Hier, ein TARGET. Oh, hier ist ja noch ein Hangar. Oh hier ist noch ein Firestarter unter uns Okay, gut, dass wir reparieren eben Okay, gut, 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 gut Alles ganz durch? Ja, dann weiter Da stehen ganze Haufen Landungsschiffe rum Dein Nova sieht aus wie ein laufender Felsen Incoming Missile Hier geht's noch Darned, destroyed So, meine Muni ist jetzt gleich alle Sakura Freights, schöne Bemalung vom Landungsschiff Einmal machen wir das Rikan einfach mal angucken, wir haben einiges gemacht, oh die Stadt sieht doch mal richtig gut aus Oh, ich denke ich muss das vorstelle eigentlich Upsa Upsa Target, destroyed New, Target Macht Upsa wieder zu, sehr Upsa Spaß, bloß ein Alltag zu sein Da war nicht so ein Upsa Bann nach rechts, bisanya Ungefähr Ab morgens ist der ECM Dort kommt Ab, am, 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 am Andung schnitten Ich würde mirтаuch erinnern Aber wo ist die ECM? Das ist ein richtig großer Hangar da, aber da passt nicht das Union-Class rein. Worüber streitet sich dein Kind gerade? Keine Ahnung, ob er rumlockst du. Die sind wunderschöne Gericht. Das ist eine Mohni gemacht. Das ist ein Mohni-Gastung. Das ist ein Mohni-Gastung. Das ist alt. Komisch hat die K-Stick. Das ist gönnt. Mhhhhh! Mhh! Mhhhhh! Mh! 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 Das war das für ein Name für Kerensky. Das ist tatsächlich der Hangar für so ein Dropship. Aber das sieht für mich aus, als wäre das Landschrift größer als der Hangar. Das wäre schön, wir könnten wirklich diese Dinger reinmascheln oder sowas. Aber ich glaube, die sind sowieso im Verhältnis immer noch zu klein für Macs. Oh, f*** mich! Keiner fragt, direkt der Tor so offen. F*** down! F*** down! Oh, ein Highlander! Oh, ein Highlander! Schiff geht auf! Ein Grünschnabel vor allem! Landung, Schiff geht online! Ja! Irgendwas in den Zentratoren vom Highlander noch, damit er aufhörst und meckern. Ich kann nicht in das Landungsschiff laufen! Ich kann nicht in das Landungsschiff laufen! Ich kann nicht in das Landungsschiff laufen! Achso, ich kann nicht in das Landungsschiff laufen! Ich kann nicht in das Landungsschiff laufen! Level Jelogen Subsystem Destroied Subsystem Unnone shift F*** F*** Got one F*** Assault Turrets Destroied Yeah Να tips Direct Immediately Langsprnis families flour W sleeping revelation Breи el ¿o Everything sh Ich geh mal durch. Oh, ernsthaft? Ich schick die Jungs auf den Trebuchet. Okay, ich rubberbande, ohne Endes. Nicht gut. Der kommt zu mir zu. Es ist zu früh. Die Inhalte hat sich begonnen. Geh raus! Wir haben unser Fenster verloren, um ihn zu verabschieden. Und wie ich gesagt habe, Ohiro kann das System nicht unter irgendwelchen Umständen erheben. Gobolt, bekommst eine Sensor von ihren Reaktoren. Wir benutzen ihre Signatur, um sie zu schützen. Zwei Lande Schiffe! Zwei Lande Schiffe?! Was sind das unsere? Ne. Ne, das sind nicht unsere. Archer? Alter, was sind das? Archer mit der auf. Archer ist weg. AC20 anziehen. Ja. AC20 anziehen. Ja. AC20 anziehen. Mech ist weg. Anni-Kirchen. Anni-Kirchen. Reaktion anziehen. Ja, ich fü USA. Center. Oh! Keine Fakt! Next ist Landungsschiff. Das ist doch jetzt nicht deren beschissener Ernst. Ich mein, ich hab nur noch eine... Ah, okay. Scandermold ist Landungsschiff. Ja, ich bin dabei. Ich kann nicht mehr scannen. Ja, das hätten wir schneller machen müssen. Wir hätten eine Stimmungsschiffsschreste stürmen müssen, ja, aber... Nein, wir hätten es scannen müssen. Echt? Ja, das war die ganze Zeit zum Scannen. Die haben uns einen offener abgelenkt. Neustart. Naja, ist schon Neustart. Ich bin rausgeflogen, warum auch immer. Okay. Dann müssen wir die ganze Mission machen, ne? Ja, dann muss ich nochmal eben... Ach, scheiße, ich hab nicht geladen davor. Also, das war ich mal nicht. Ich finde es auch blöd, dass es kein Timer läuft. Lass mich mal kurz, äh... Dann hat es mir ja auch raus. Spiel einladen, zum Spiel einladen, schließen, brechen. Einladungen sind raus. TBK ist verbunden. So eine Mission, bevor wir Waldwürfe in der Hand haben, so ein Kack, ey. Naja, man hätte halt auch besser aufpassen können. Ja, aber trotzdem. Ich meine, es war angreifbar, also dachte ich mir, wir müssen es zerschießen. Von Scannen war nicht die Rede. Doch. Er sagt Scannen. Supercore. Hm, ja, okay. Ja. Jetzt, mir war doch auf unserer Seite die Hüberganche beschäftigt, oder? Wulf? Hm. Aber der Mann, der praktisch kaputt war, der hätte ja Scannen können, wäre ja kein Problem gewesen. Penis. Das auch. Immer. So, Moment. Ernsthaft? Hm. Die Piloten sind nicht da bei mir. Na jetzt. Ich hab jetzt die Sachen ausgegeben, um die Bluthunde alles zu reparieren. Und ich lass den Summoner erstmal weg. Okay. Ich hätte ihn zwar jetzt schon ganz gern genommen, aber ich will den Bluthunde benutzen in der Mission. Gauss-Rifel ist schön und gut, aber wenn, dann möchte ich eher zwei davon haben. Es dauert Ewigkeiten, bis dieser Mech wieder feuern kann. Und ernsthaft Schaden anrichten kann. Ja. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen genervt hat. Ich renne die ganze Zeit mit Circles um die Max rumschießen mit einem Latsch Pulslaser auf. Die mit dem Gauss-Rifel. Die Waffen sind fast gleich auf. Das heißt, ich hab eine lange Sequenz von nicht feuern oder mit KSR feuern, die dann auch wieder nachlädt. Dann starten wir die Mission. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja. Lass mich mal kurz die Forschung verbessern. Und was so zwei Tonne Panzerung ausmacht an dem kleinen Novalet. Oh ja. Ja, so eine Tonne Panzerung draufzuschmeißen macht eine Menge. Ich glaube, ich muss doch mal irgendwann ein Kid Fox nehmen. Mit bloß Lai Small Lasern. Und den Rest in den Panzerung investieren. Ready when you are? Ja, ich gucke gerade eben nach Aufwertung der Piloten. Ja, hast du deine Piloten ausgesucht? Ähm. Ja, hab ich. Lass bloß noch um in Ruhe mit einem Aufwerten, ne? Mal schon selber. Geht nicht so. Ich hab ja auch nur von meinem eigenen Piloten die Dings, weil der einzige war, der das noch hatte. So, diesmal hab ich gespeichert. G末. Äh. Sonst haben wir alles, ne? Jupp, già, 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 già. Untertitelung des ZDF, 2020